Sprechen Sie Englisch? Wie viele Sprachen sprechen Sie? Meine Muttersprache ist Deutsch. Es tut mir leid, ich spreche kein Deutsch. Ich kenne nur ein paar Wörter auf Spanisch. Gibt es hier jemanden, der Englisch spricht? Ich spreche jeden Tag Englisch. Ich spreche jeden Tag Englisch. Warum lohnt es sich, viele Sprachen zu lernen? Warum lohnt es sich, viele Sprachen zu lernen? Ich habe in einer Sprachschule Deutsch gelernt. Ich verstehe viel, aber ich finde es schwierig, selber zu sprechen. Easy Languages ist super zum Sprachen lernen. Easy Languages ist super zum Sprachen lernen. Stimmt. 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 W� мамаoms�. Stimmt. Lastes dich an. Christoph an Filipика. Amen. siete zusammen.